Musik Oh Gott, wie viele sind denn hier? Meine Güte Meine Güte Nicht schwimmen mehr, wirds Knoten Sollte sonst zum Leuchtturm kommen am besten Sollte Sehr gut Den da oben muss ich anders ausschalten Den mir auf den Kies geht Cool, ich hab den einen der stärkeren genommen, ist sehr gut Ja, vielleicht schafft er sogar alle Ja Geil Der da oben ist auch drauf gegangen Da ist weggerannt Da ist der Leuchtturm Ich dachte der ist immer noch verrückt Fuck it Niemanden töten, nicht schwimmen Hä? Wie soll ich das machen? Hm Hm Tschüss Ich töte die ja nicht Mach den kaputt den du schon angegriffen hast So Jetzt töte ich den Hat das jetzt zählt Ja, zählt als töten Schade Du da oben Gehst du mal auf Nüsse Zack Wau Viele Geräusche Das lache Chute Holy Chute 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 nicht hoch damit doch das geht vielleicht so weit kann ich auch nicht schießen steht auch noch einer scheint sich aber nicht zu bewegen ich sehe nichts ich kann mich von hier nicht sehen was kann ich von hier noch nicht verschießen wackelt das denn so warum kann ich hier nicht erschießen toll aber ich muss da ja auch gar nicht hin ja hallo tschüss das ist ja die nur noch hoch sagen kann man sicher die hochklettern nein bist aber diese steuerung kriege ich manchmal ein rappel bei wie viele sind denn hier noch meine güte ja die leiter nehmen wir auf der seite müssen wo keine truppen sind ich bin hier nicht so wild umher ich habe ja gar nicht gerechnet dass hier oben da drauf steht geld gefunden muss hier nur noch sabotieren interagieren ein lück an großer hebel da ist nicht allzu spektakulär aus wie ich mir gedacht hätte ich bin schon wieder unten ich bin schon wieder wo bin ich denn jetzt hier ich bin schon wieder in dem camp ja logisch macht sinn dass ich da nicht wieder runter muss und da verschwirre mein frames wieder für einen moment was ist denn los bist du wieder betrunken es ist vollbracht das schiff steckt im schlamm fest jetzt bekommt ihr eure beute und ich mache was geht seinen kopf kürzer und dann wird gefeiert ich sammle meine männer wir treffen uns am schiff und das blöder kann beginnen elise und rossian am treffpunkt treffen was soll man sonst einem treffpunkt machen wer bist du hallo ja ich weiß wie man das fährt im momentan kann ich so besser erkennen als so aber ich muss auch irgendwie mein ziel erkennen deswegen weil hier dann blendet sich alles aus ist ja kein ähm hart mehr klonk mir ist das paddeln zu lahm ich kann besser durch die büsche rennen ich kann sich kaum zurück zu viert wenn du musst mir mit den wachen bevor unsere männer das schiff stürmen und dabei durchlöchert werden ich weiß nicht wie du bist aber du machst mir kann ich weiß nicht wie du bist aber du machst mir kann denkt hm 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 2 smellerールalten mulher ้ewald hm 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 Ich kümmere mich um die Kisten, ich kümmere mich um die Typen. Los jetzt. Kiste. Kiste. Vier von neun haben wir. Dann los, beid euch. Ich kümmere mich um die Kisten. Zack. Sieben von neun. Könnt ihr bitte für den letzten Kisten ein bisschen Gas geben hier? Dankeschön. Dankeschön. Die übrigen Soldaten erledigen. Wo denn? Ah da. Wait for it. Aua. Seh nix. Hm. Da ist sie! Wo ist sie hin? Da! Zack. Wow, Aveline. Das war spektakulär. Ich bedauere nur, dass Vazquez nicht an Bord war. Na komm. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht hilft dir das hier ja. Schöne Güter. Volle Synchronisation. Und nun? Warte ich wieder, bis ich geportet werde. Zack. Na, wollte ich schon sagen. Die Dokumente, die an Bord des spanischen Schiffes gefunden wurden, enthalten Befehle, nach Chichen Itza zu fahren und das Arbeitslager zurück zu oberen. Aus Angst um die Sicherheit ihrer Mutter und auch in der Hoffnung, um die zweite Hälfte der Prophezeiungsscheibe zu finden, kehrt Aveline nach Chichen Itza zurück. Toll. Das ist aber nicht Chichen Itza. Das ist New Orleans. Schneider. Wo ist denn der Schneider auf der Karte nochmal? Hm. Da sind neue Sachen verfügbar. Da wollte ich doch mal nachgucken. Edelstein. Uh. Edelstein. Nett. Ein Schneider ist... Da. Fangen wir erstmal zum Edelstein. Edelsteine können wir nimmer gebrauchen. Kannst du dich nicht umbringen? Will dich umbringen. Dumter Haxe. Dann nicht. Gucken wir nochmal mit dem Schneider vorbei. ... ... ... ... Hm. Hat er denn ein schönes Neues? Beutel aufrüsten. Oh ja, eigentlich nicht. Naja, ist das jeden Kleider? Hm. Nix interessantes. Dann ab zu meinem Punkt irgendwo dahin. Entschuldigung. Ne, da stehen zwei. Das ist nicht gut. Ich dachte, ich könnte einen wo man eben so ganz leicht umbringen. Oh, da liegt was. Ne, fallen lassen. Hallo? Ich sagte hängen, fallen lassen. 1500. Nice. Our liberation is upon us. Untertitelung des ZDF, 2020